Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wolong Fallen Dynasty. Was ich jetzt hätte tun können, was ich auch nicht gemacht habe, ist, ich hätte spicken können. Wäre es besser gewesen? Eventuell. Aber wir sehen das hier alles mal als Übung an, deswegen machen wir mal das hier, dass auch die ganzen Gegner wieder da sind. Wir müssen ja irgendwie dahin kommen, das ist ja wohl klar. Wir kommen aber nicht von hier dahin, das weiß ich. Sun, 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 Shian, wo gehen wir nur hin? Wenn wir links rum gehen hier, dann bringt das auch nix. Ich bringe jetzt mal den um. Jeder liebt einen guten Mord. Hier ist das andere, das bringt auch, das ist eben halt mega seltsam, dass hier direkt der andere Ausgang ist, obwohl das so gar keinen Sinn ergibt, finde ich. Das sind ja nur ein paar Meter. Oder ist das einfach nur auf der anderen Seite? Hör mal bitte auf. Hallo? Ich wette, heute oder morgen, je nachdem manche Standarte finde, werde ich deinen Vorsitzenden umbringen. Nur, dass du Bescheid weißt. Boah! Also, irgendjemand hat hier gemordet. Er hier. Okay. Hier gibt's. Das ist der Eingang, gell? Ja, das ist der Eingang in die Höhle. Hier geht's nur hoch. Hier ist aber nichts. Ah, hier kann man ja von hier auch hoch. Und hier ist halt nix. So. Dann haben wir hier den Weg, hier ist aber auch nix. Also, von der Höhle hier kommt man da nicht hin. Müssen wir hier doch vielleicht weitergehen? Machen wir schnell das hier, falls irgendwas ist. Und dieses Problem da oben haben wir ja auch noch. Geht's hier irgendwo rein? Ich glaube immer noch, dass das irgendwie... Da hinten sind wir aber auch schon alles abgelaufen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe mir noch gedacht, hier irgendwo... Doch nicht. Au, da kommt gleich ein Freund. Hallo? Hier geht's lang. Ich höre dir nicht zu, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Ha! Blub, ey. So geht das. Haben wir das richtig geblubbt, blubbt hier? Hier will ich natürlich trotzdem noch alle umbringen. Habe ich da vorne schon eine Standarte irgendwo? Oben, gell? Ganz oben war eine. Weil jetzt allein das ist, aber... Ich gehe da vorne. Ich gehe da. Oh! Ich gehe da vorne. Und dann geht's mir da vorne. hier. Die Kiste. Müssen wir von oben rein, gell? Ja. Ich hab natürlich hier die Tür jetzt nicht aufgemacht. Das ist ein bisschen doof. Wie komm ich jetzt hier raus? Ja. Wir können den doch von oben umbringen. Das ist ein bisschen da. Ich bin der Kiste. Ich bin der Kiste. Ich bin der Kiste. Das war's für heute. 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 Oh, oh. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.